Wieso muss man in einem solchen Moment jetzt in die Störung kommen? Ja, gut. Ich weiß nicht, wo ist der hin? Ich habe doch einen abgeschossen, der ist doch abgehauen. Okay. Nein, 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 nein. Nein. Ich will nicht, ich will weitermachen. Start. Oh, der ist schon vor meinen Füßen. Ich dachte, der wäre irgendwo dort hinten. Dana, sind Sie da? Isaac, ich kann den Aufzug nicht freigeben. Sind Sie bei sich irgendwas? Mal sehen, was ich tun kann. Okay, sobald Sie durch sind, gehen Sie durch den Beisetzungsflügel und runter in die Krüche. Ganz wichtig ist, dass Sie nicht... Nein, nein, oh Gott, können Sie nicht stören? Stören! Dana, Dana, ist es wichtig, dass ich was... Nein, Gott, soll sich was gegen diese Störung machen? Mann, 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 ich rede eh schon so wenig, aber ich habe dennoch so das Gefühl, wenn ich anfange zu rede, kommt jemand und pikst mich von der Seite. Oder er rammt mir in die Brust. Nicht in die... Nein, hallo? Ach, Bekanntschaft mit meinem Fuß. Das war's, hier ist nichts anderes als eine Leiche? Ah, ach so, okay, 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 okay. Hier war die Power-Node, Power-Node versteckt. Wenig sind es endlich mal Munition für eine Waffe, die ich habe. Okay, ich muss da hin, aber werde ich da hingehen? Oh! Das ist hier ja noch besser als so ein Power-Node-Raum. Immer schön vorsichtig. Wir sind hier irgendwie viel aggressiver als im ersten Teil. Diese Rambock-Nekromorphs. Genau nur nervig wie diese Hühnchen oder diese Skorpione. Warum nennen sie immer Vögel als Vorbilder? Bestimmt ist das wieder ein Weg zurück. Oh, ne Kathedrale. Oder in die Kirche. Juhu! Juhu! Hab ich alle erwischt? Ne, die wackeln da noch alle hinten herum. Schon wieder Harpoon-Munition. Kleines Geschenk. Uh, das war ziemlich weiter hoch. Die laufen alle weg, als wissen die, dass dann vielleicht was passiert. Komm her. Ich hoffe, ihr habt eifrig gebetet. Oh, oh. Oh, kann ich mal das testen? Oh, das ist... Die Waffe gefällt mir. Im ersten Teil hatte sie auch einen lustigen Effekt, aber... Hat nicht sehr geholfen. Ah, die zwei Stück nehme ich gerne. Ja, einen habe ich zertreten. Da ist noch einer? Egal. Erstmal schön nachladen. Der Tanzstar für mich war ich ein... Kleiner Bauchtänzer. Ich bin noch zu langsam, um den in der Luft einfach so eine Backpfeife zu geben. Na, wer ist hier drin? Kendra? Hammond? Wer weiß? Oh, oh, oh. Ich glaube, ich habe hier was vergessen. Ne. Ah, dich habe ich vergessen. Das war's wert. Hallo? Noch einmal testen? Wieso nicht? Er hat geschlafen, hat halt Pech gehabt. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Altman, sei gepriesen. Wer zur Hölle ist dieser Altman? Ist das dieser bätige Typ am Anfang gewesen? In Dead Space 1? Wieso redest du hier über Dead Space 1? Denn Dead Space 1 habe ich nur über Dead Space 2 geredet. Was mache ich denn hier? Ich bin immer im falschen Spiel drin. Der Fahrstuhl dauert und braucht mir viel zu lang. Ich weiß, dass die Fahrstühle als Ladeszen gelten, aber so lange? Moment mal, hat nicht hier die Demo angefangen? Hä, die Demo hat hier angefangen. Hinter mir war aber ein Shop und kein Fahrstuhl. Nein. Das ist der Raum. Ach, da unten. Kapitel 5. Okay, dann wird das wohl... ...so sein. Yes. Ich spare ja natürlich ab. Weiß nicht, ich stelle mich ein bisschen dämlich an in diesem Spiel, glaube ich. Das war die schlimmste Ecke. Der schlimmste Raum. Weil ich nie wusste, wann welche auftauchen. Ich glaube, das Beste ist einfach durchzulaufen. Sehr schön, nicht getroffen. Ist hier was? Nee. Na schnell, hier weg. Boah, die machen das absichtlich, dass es so lange dauert. Noch so ein Raum. Ja, das erschreckt mich nicht. Weil ich das schon in der Demo gesehen habe. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, wohin ich muss. Ah, okay. Pulsriple Munition. Oh, ich bin jetzt absichtlich ein bisschen ruhiger. Weil ich weiß noch immer nicht, von wo die auftauchen. Obwohl ich die Demo, glaube ich, ein oder zwei... Wenn ich zweimal durchgespielt habe. Nee, einmal durchgespielt, einmal zugeguckt. Um nur auf Nummer sicher zu gehen, nehme ich das hier mit. Isaac. Oh Mann, du stehst davor. Oh Mann, du stehst davor. Aber das war gerade etwas von draußen, nicht von dir im Spiel. Da habe ich das Schlappern gehört. Ich dachte, hier wäre so ein Necromorph. Wieder Geld. Moment mal, kann ich das überhaupt hier zu mir ziehen? Nein. Bitte, das muss jetzt fertig sein. Nee, nicht noch ein Raum, bitte. War klar. Ja, das war der Raum. Von hier tauchen die gleich auf. Bin ich mir sicher. Da liegt schon so eine Harpune auf dem Boden. Das kann weg. Unverfehlt. Er hat einen Kopfstand versucht. Du spuckst nicht. Du läufst noch immer? Ich habe sehr viel Munition von der Waffe. Jetzt habe ich noch mehr. Weißt du was? Ey. Ey, ich dachte, der hinterlässt mir was, wenn ich ihn anschieße. Ach, der hat das schon von längst fallen gelassen. Okay. Alter. Du bist mir ein bisschen zu nackt. Okay, ich darf nicht so Trigger-happy sein. Ich muss aufs Ziel. Nein. Nein. Ja. Kann ich endlich weiter? Uh. Du bleibst stehen. Was? Wie sieht es mit meiner Energie aus? Ja, ich habe noch genug. Nein. Nein. Wie es aussieht. Weißt du was? Ich habe... Bin es leid. Oh, klar. Ich bin... Wie lange... Ich habe ziemlich lange keinen Shop mehr gefunden. Wieso? Ich möchte nicht lieber einen Shop haben. Endlich vorbei. Ich glaube, ich habe den Ausgang gefunden. Aber er ist verdammt hoch. Schwerkraftsteuerung ist deaktiviert. Dana? Verdammt. Oh. Hm. Zum Glück... Ich weiß nicht, ist das tollpatschig oder ist das Glück? Ich wollte eigentlich nur einmal ein bisschen rumgucken. Weil... Ich wollte, aber... Einerseits wollte ich das auch nicht. Weil das war auch in der Demo. Und das... Was ich in der Demo noch weiß... Da bin ich immer... Ein bisschen... Wie so nennt man das? Lauf ich einfach durch. Ohne einfach zu gucken. Da denke ich noch... Meine Demo sind noch immer dieselben Sachen wie im Spiel. Umgekehrt. Im Spiel sind noch immer dieselben Sachen wie in der Demo. Keine Ahnung, ob Sie nicht hören können. Sie müssen nach oben gehen. Hören Sie mich? Nach oben! Oh, Ripper. Oh, Pornot. Zwei? Zwei Auflade-Stationen? Drei. Vier. Okay. Ich weiß schon, wie das funktioniert. Das ist nicht blind. Drei. Zwei. Nur hier ist die Rüstung. Die Ding ist gut. Anzug. Na, wo sind die anderen? Okay. So, und jetzt den Letzten. Aber der Letzte, der wird unterstützt. So. Und das war's. Schwerkraft im Schacht ist jetzt offline. Oh, muss ich da wirklich hoch? Ich kann doch immer nicht richtig damit umgehen. Mit dem Schweben hier. Okay. Ey. Wer hat sich jetzt ein neues gesucht? Mach die Tür auf. Ich muss da durch. Yes! Äh, mit... Ja, mit R2 konnte ich wieder... ...mich richtig hinstemmen. Schematic für was? Medipack-Mittel. Wieso kann ich Medipack-Mittel nicht mitnehmen? Dann benutze ich Medipack-Klein. Oh, mein Gott, Isaac. Ich nimm mal nicht mehr ernst. Weil ich das tue mich auch nicht mehr. Hä? Ich muss doch hier durch. Ach. Da. Exiting... Zero-G-Gravity. Verdammt! Sie stören unser Signal mit einem mobilen Gerät. Besorg mir die Frequenz der Störsenders. Sie haben... Schop, 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 schop. Und jetzt? Halt mal du kurz die Klappe. Ich will in den Shop. Nein. Wenn Sie wüssten, dass wir hier sind, wären wir schon tot. Scheiße! Das Signal wird schwächer. Folgen Sie im Ordnungsengang. Auch 20.000. Ein Pulsgewehr enthält 500 Schadensbonus. Kauf garantiert 15... 10% Panzerung? Wieso gibt er mir weniger? Nö, dann kaufe ich ihn ganz bestimmt nicht. Ich kaufe den ganz bestimmt nicht. Aber... Ja, das verkaufe ich. Das verkaufe ich auch. Weg damit. Bewegen. Und das war's. Dafür... Ich weiß nicht. Das verlocken. Drei Power nutzen. Ja. Nicht so viel nachdenken. Einfach kaufen. Jetzt brauche ich nur noch eine Werkbank. Wow, ganz ruhig. Kein Licht. Aber Geld. Speicherstation. Komm ich nicht ran. Ist mir egal. Darf ich jetzt in Ruhe hier ran, ohne dass irgendwie der Strom ausfällt? Danke. Okay. Irgendwas sagt mir, ich darf nicht mehr so viel Geld für Power-Notes ausgeben. Hör. Es ist wichtig, Schaden zu haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ohohoho. Ich weiß nicht. Ist das wirklich wert? Oder soll ich den hier wieder zuerst aufleveln? Ach, das ist verlockend immer. Ja, okay. Bisschen Schaden. Wirklich? Die Mine aufleveln? Nein, die Mine brauche ich noch nicht aufleveln. Vielleicht noch einmal die Kapazität. Und Plasma-Cutter genau hier rein. Ja, das sieht schon mal gut aus. Du gehst zur Seite. Boah, nicht so weit drehen, Isaac. Ey. Danke. Ja, ihr habt gesehen, dass es gesprungen ist, aber mir egal. Ich speichere hier ab. Ich speichere hier ab, habe ich gesagt. Ja. Und hier beende ich den Part. Ganz easy. Das sind vier schöne Folgen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Deathsby 2. Bye, bye. Tschüss. Es ist ein wichtiger Punkt. buscarer hier. 千 Pfein ghmer... Sie gibt einen